Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hörbuchvorstellung. Wir hören Achtsam-Motten am Rande der Welt von Carsten Dusse. Es spricht der Autor selbst. Es ist bereits der dritte Band der Achtsam-Motten-Reihe. Diesmal begibt sich Björn Diemel auf Anraten seines Therapeuten auf Pilgerreise. Den Inhalt und noch mehr Hörbuchinfos findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's auch schon los. Klar konnte ich meine Kanzlei einen Monat schließen, aber ich würde mich nicht einen ganzen Monat lang von meiner Tochter trennen wollen. Sie wirken nicht überzeugt, merkte Herr Breitner an. Ich kann mir unmöglich vorstellen, meine Tochter einen Monat lang nicht zu sehen. Ich glaube, das schaffe ich nicht, entfuß mir dann doch ganz ehrlich. Warum? Weil sie, das mag jetzt kitschig klingen, weil meine Tochter für mich wie die Sonne ist. Ich kann mir nicht vorstellen, einen Monat ohne das Strahlen meiner Tochter auszukommen. Das ist ein tolles Bild. Denken wir das mal weiter. Ihre Tochter ist die Sonne, um die sich ihr ganzes Leben dreht. Richtig? Ich nickte zögerlich, weil ich nicht wusste, worauf das hinaus lief. Dann sind Sie in diesem Bild also die Erde, stellte Herr Breitner fest. Ich nickte wieder zögerlich. Ich nehme an, Sie wissen, dass sich die Erde in erster Linie um sich selber dreht und erst in zweiter Linie um die Sonne, oder? Die Erde wäre schlicht unbewohnbar, wenn sie aufhören würde, sich um sich selbst zu drehen. Die eine Seite würde dann nämlich verbrennen und die andere erfrieren. Sie sollten begreifen, dass es sich in Ihrem Leben auch mal um sie selbst drehen muss, damit es überhaupt einen Sinn ergibt, sich um andere drehen zu können. Das ist sicherlich in dem Bild ein tolles Argument. Ich käme aber trotzdem nicht damit klar, mich zulasten meiner Tochter, einen Monat auszuklinken. Und? Können Sie es zugunsten Ihrer Tochter tun? Sollte Emily davon haben, mich vier Wochen lang nicht zu sehen. Eine Menge. Würden sich vier Wochen lang um den Menschen kümmern, der Emily alles bedeutet. Um sich. Kann man für seine Tochter etwas Schöneres tun? Aber ich gebe doch jetzt schon alles für meine Tochter. Vielleicht ist das ja eine wichtige Sache, die Sie in der zweiten Hälfte Ihres Lebens ändern könnten. Was hat Ihre Tochter davon, wenn sie am Ende alles hat und ihr Vater nichts? Vielleicht hat Ihre Tochter viel mehr davon, wenn sich Ihr Vater zunächst einmal alles nimmt, was er braucht, und das dann nicht seiner Tochter opfert, sondern es mit ihr teilt. Aus der Perspektive betrachtet, wurde mein Widerwille bereits geringer und eine neugierige Skepsis machte sich breit. Okay, nur mal angenommen, das würde zeitlich irgendwie klappen. Und was mache ich dann mit den vier Wochen Freiraum? Reduzieren Sie sich auf das Nötigste und finden Sie sich selbst. Ich selbst finden. In meinen Augen eine weitere Floskel. Gerade hatten wir noch darüber gesprochen, dass ich an meinem Geburtstag ganz genau wusste, wo ich war. Ich stand offensichtlich neben mir. Ich meinte jetzt rein praktisch. Wo soll ich hin, um mich zu finden? Wo meditiere ich über meine Pro-Äh-Inspiration? In irgendeinem Spa? Einem Kloster? Einer Alm mit angeschlossener Käserei? Sollte ich mir wirklich einen Monat freischaufeln können, würde es sicherlich ein paar passende Wellnessangebote mit Massagen und überteuerter Küche für mich geben, um das inspirierende Erlebnis meiner Wunschlosigkeit wegzumeditieren. Pilgern Sie. Soll was? Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr das Hörbuch bereits gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie euch das Hörbuch gefallen hat. Das Hörbuch gibt es in einer ungekürzten sowie in einer gekürzten Fassung. Das gekürzte Hörbuch hat eine Laufzeit von 6 Stunden und 16 Minuten. Das ungekürzte Hörbuch geht ca. eine Stunde länger und hat eine Laufzeit von 7 Stunden und 26 Minuten. Das Hörbuch ist am 26. April 2021 bei der Hörverlag erschienen. Hier rechts findet ihr auch eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert.